willkommen zurück zu einer weiteren folge abex legends challenge mit lifeline ich habe mir nämlich ausgleich kann schon mal suchen dauerte ewigkeiten ich hatte nämlich die idee ich weiß noch nicht wie ich die challenge nenne keine ahnung wird ja im titel stehen dass ich keinerlei heilung und schild benutzen darf deswegen auch lifeline weil er kann sich halt heilen so gesehen darf aber alles andere sonst machen nur halt mich nicht manuell heilen mit spritzen medik kitts phoenix kitts mein mikro sollte aus perfekt und las noches youtube hallo so voll geil das topien weil es youtube steht finde ich voll nice ja moment i make a challenge please be careful with me vor allem ich habe gesagt sehr vorsichtig mit mir ist auch egal so schild aufladen geht hat auch manuell wenn man halt ein finisher macht deswegen ist auch ein großes schild auch wichtig denn mit finisher kann man ja sein schild machen mit meiner lifeline an drohne kann man ja sich heilen also passt das das heißt ich habe sehr viel platz für granaten munition und eigentlich nicht wirklich mehr ich habe schon ewig nicht mehr gespielt wo lande ich denn am besten ich würde tatsächlich für ein messungs camp landen ich schlage vor wir landen ja heißt ha cool jetzt ja oder eher nicht so naja für die die challenge noch nicht kennen ich spiele meistens zwei runden also wenn die runde jetzt hier schnell vorbei ist so fünf minuten mache ich noch eine wenn die aber ja ich sag jetzt mal so top 3 5 oder so dann bleibt das halt bei einer runde ich werde euch eventuell auch noch eine challenge verlinken wahrscheinlich die beste die ich gemacht habe das müsste die chopaholic challenge mit lober sein die ist nämlich wirklich cool die freut sich auf jeden fall hatte ich würde mich auch freuen ich fliege hier was dagegen sich gar nicht so und erst mal schön ich dachte gerade das wäre ein gegner gewesen oh 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 nee warte mal ich ping das immer aber mal das darf ich ja machen das darf ich ja immer machen bis hin ping hoch eigentlich macht ein großer hochzeug auch gar nicht so viel sinn ich kann halt wirklich sehr viel munition mitnehmen ich weiß es oh mein gott das ist wichtig ich bin halt nicht so der sniper typ ich weiß aber nicht ob sniper nicht doch wichtig wäre weil was bringt es mir in den nahkampf zu gehen wenn ich mich nicht direkt heilen kann also eigentlich ist denke ich weiß ich nicht sollte ich nicht eher du hast leichte munition ach komm weißt du was ich will ja helfen so wo ist jetzt meine ach komm ich nicht schüppetag schüppetag ist mir doch ein bisschen wichtiger glaube ich als das könnte ich brauchen das könnte ich brauchen ach man ey ach man ja doch nein andersrum ich brauche einfach ich brauche einfach diese ich brauche diese waffe einfach ja danke so ich hoffe mal ihr hört nichts doppelt weil ich höre tatsächlich gerade den sound bisschen doppelt ja um einen punkt war oh ich habe das auf sechs gehabt ich dachte ich hatte das auf vier oh lol ja gut okay so hier ist natürlich alles geloadet aber ich nehme ein bisschen zeug jetzt hier mit weil warum nicht so granaten granaten da ist ja wundervoll dass da einer ist ich brauche ein bisschen munition aber das jetzt so klug die waffen mitzunehmen ich weiß bei der spiel ist ja alles auf der playstation 5 gibt noch keiner vorteile außer dass man gefühlt irgendwie die sounds ein bisschen besser hört habe ich das gefühl aber ansonsten gibt es noch kein großes upgrade eventuell wird es eins geben dazu welche natürlich auch video machen weil da wird dann auf jeden fall noch wieder zu kommen ich schneide die bestimmte ab lade nach ah wof 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 der ring ist direkt um die ecke nach 10 granate aufpassen was von wo höh wo kommt die denn jetzt hier oh nein ach komm ey ja ok gut wir sehen uns in der nächsten runde so neue runde neues glück ernt das eigentlich mal ganz geil finde ich ich mag ernt da das ist tatsächlich mein lieblingsbot auf der map hier du bist nicht mal die kreide für die strechliste ist angekommen bitte fett was hat banger gesagt ich bin nicht mal die kreide auf der strechliste werter das ist denn da da voller geile spruch mach da bitte eine strichliste mit der kreide wir sind ja nicht im knast naja gut seht mal was ich mache sieh der sieh der sieh der alter mirage ist so ein mirage ist so ein richtig aufmerksamkeits geiler hengst alter so boah noch nie so gut gewutscht oh mein gott schöne waffe ich höre da noch einen schmiedliche ausrüstung oh heilung habe ich mitgenommen aber benutze ich ja eh grad nicht da ist nicht mehr mit rüstung oh schildzeil habe ich auch mitgenommen hier ist eine schildzelle unbedingt oh schildbatterie leider oh so und ja schmieden darf ich natürlich auch also oh kontakt was wir hier brauchen ist ein wenig mehr von mir gegner sind wir beschossen laden Alter ich dachte grad schon eh ein hoch auf uns oh moment ah die ist auch leer oder ist die leer ne ist ja nicht äh oh scheiße ja es ist halt noch ein bisschen so drin ist klar Munition ein bisschen hiervon ja huh so ich brauche halt oh ich habe eine idee warte mal mit wie viel oh dankeschön vielen dank oha voll netter da hä der hat sie aufgeführt und mir gegeben oder was und jetzt verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz ganz komisch egal ich muss mal ein bisschen munition craften hier hier ist ein replikator hm so was mache ich denn so schön ey ja komm beides brauche ich hier ist ein replikator ich brauche beides was was denn was ist denn jetzt abgeblieben ich höre Gegner hier schieße auf geben hoch wo alles mobil hin hier gehts ab wer zum Heldrunn ein. Neuer Kill-Spitzenreiter. Schön weitermachen, aber aufpassen. Köderflops eingesetzt. Triff mich. Lade nach. Scheiße, was soll ich machen? Zack. Zack. Ich hab dich reingelegt. Kann ich nehmen, die ist auch leer. Ich hab dich reingelegt. Ich hab dich zwei, Alter. Ja, hat er. Oh mein Gott. Oh, Alter. Oh mein Gott. So. Hat er hier eine Rüstung geschnappt? Okay. Hat er hier eine bessere? Ja, ein bisschen, aber die hat... Alter Fighter, ey. Huh. Oh, R3-1 nehme ich natürlich auch mit. Ah, ich hab die Idee. Oh, huch. Warte mal, den Skin will ich ändern. Dankeschön. Gibt's hier noch irgendwie was... Munition-technisch bin ich eigentlich... Ja, komm. Immer mitnehmen. Ich hab ja sonst nix hier. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Tut mir leid. Sorry, darf sie dich nehmen. Munition. Oh, oh. Ah, der ist aber leer. Alter, ich hab ne andere Idee. Oh, ich will den haben. Oh, danke. Alter, ich glaub, der weiß, was ich mache, ne? Kann das sein? Ey, gefühlt. Ey, voll gut. Ich wollte nämlich eigentlich grad die Blau-Rüstung nehmen, die kurz einmal aufhören, dann hab ich die Liane auch voll. Das wär nämlich ein anderer Trick gewesen, aber voll krass, Alter. Entweder denkt er, ich bin komplett lost, oder... Er hat so ne Ahnung, was ich ungefähr vorhabe, weil ich halt nix an Heilung benutze. Das hab ich auch nie, ey. So. Ich darf nicht nehmen. Es tut mir leid. Ich darf es nicht nehmen. Okay, wir sind beide voll. Nice. Drei Kills. Er hat, glaub ich, zwei. Ich brauch jetzt nur noch Munition für meine Hemlock. Oh. Hä, was macht der? Der ist übelst nett, Alter. Was ist denn hier los? Was, wo? Oh mein Gott, was? Oh, shit. Scheiße. Scheiße. Ja, Alter. Gib Reiter. Wir haben beide nichts. Oh nein. Oh ja, ja. Oh, 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 oh. Heide ich, Bro. Nein. Oh, das wär so gut gewesen. Oh, verdammt. Alter, alles nur im Ernt da, ey. Oh. Ja, krass. Aber war echt mal... War echt mal einer der einzigen, äh, Epix-Teamkollegen, die mal auch was können und auch mal nett waren, ey. Hat man ja voll selten. Gut. Ihr wisst ja ungefähr, wie, äh, die Challenge jetzt funktioniert. Einfach nicht heilen. Es gibt anscheinend auch Leute, die das irgendwie... Keine Ahnung, wer es verstanden hat oder ob er einfach nur denkt, ich war komplett lost. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ist das nicht dieses... Dieses Vieh? Äh... Ja, gut. Das war's. Ich werd's auf jeden Fall irgendwann nochmal, ähm, machen. Weil die find ich besser, als das mit den Deathboxes. Oh, dieses Vibrieren, ey. Wir sind zur nächsten Challenge. Mal gucken, was dann passiert. Was ich dann mache, ich, ähm... Ist mal ein bisschen schwierig bei Epix irgendwie. Vor allem, wenn man's, ähm... Wenn man im Duo nur ist. Im Solo hätte ich so viele Ideen, aber im Duo ist ein bisschen schwierig. Naja, bis zur nächsten Folge auch drin. Und tschüss. Und tschüss. Ja, bis zum Manual. Vielen Dank.